Es ist Sonntag, der 14. April, morgen, 15. April, 11 Uhr, Weißheitszahn-OP. Warum und wie das Ganze? Meine weißen Zähne sind bereits seit Jahren durchgebrochen, sprich die schauen alle schon raus. Der Arzt hat gemeint, solange du keine Schmerzen hast, müssen wir dir auch nicht ziehen. Jetzt hatte ich letztens Schmerzen, ich bin zum Zahnarzt gegangen und dort war ein Essensrest zwischen den Zähnen. Den hat der Arzt rausgetan und dann war der Druck weg und der Schmerz war auch weg. Allerdings hat der Arzt gemeint, mach doch mal ein Röntgenbild. Das habe ich dann auch gemacht und dann wurde ich zum Kieferchirurgen geschickt. Der Kieferchirurg hat sich das angeschaut, hat gesagt, okay, die müssen alle raus. Er hat mich dann gefragt, wie ich die raus haben will. Ob ich sie einzeln ziehen lassen will, 2-2 oder alle 4 auf einmal. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn das am gängigsten? Er hat gemeint, je nachdem, entweder kommst du, ich ziehe dir alle raus und du musst nur einmal den Arzt zusammenkneifen oder du musst immer wieder kommen und immer wieder den Arzt zusammenkneifen. Dann habe ich gesagt, okay, einmal Arzt zusammenkneifen reicht mir. Wir ziehen alle 4 auf einmal. Und in diesem Video nehme ich euch mit und gebe euch ein Erfahrungsbeginn. Noch eine Stunde bis zur OP. Bis dahin muss das hier rein, das sind 4 Eier mit Käse und Rühreier haltmäßig und Skier. Skier mit hier Beeren und Zimt und ein bisschen Müsli drüber. Und natürlich ein paar Vitamine hier, ne? Eine Stunde bis der Countdown und dann geht's rein. Also alles verspeist, Skier weg, Eier weg. Ich dachte, ich mache ihm weiß jetzt dann ein Video. Auf einmal mache ich irgendwie eine Kalorien-Challenge halt. Also wirklich, aber ja, die Kalorien müssen rein, weil danach kann man eher nicht mehr viel essen. So, Zähne putzen und auf Wart. Für den frischen Atem nochmal Listerin. Ganz wichtig, Lila, damit euch alles wegbrennt. Hier sehen Sie, wie ich auf mein Verderben warte. Schönes Wartezimmer mit dicken Aquarium. 12 Uhr 8. Die OP ging, halbe Stunde. Ich habe nur eine Betäubung drin. Das war eigentlich ganz easy. Mir geht es auch bis jetzt ganz gut. Hier sind meine Zähne drin. Hier ist ein Zahn drin. Und hier sind irgendwie alle anderen drin. Ich spüre meine Zunge nicht. Meine Lippe ist irgendwie angeschwollen. Oh, Adik, wie das ausschaut. Hört sich an. Ah. Ja, mein Maul ist voller Blut. Das ist aber normal, glaube ich. Man soll die ersten 48 Stunden kühlen. Und ich werde jetzt ganz viel kühlen, damit meine Fresse bitte nicht anschwillt. Aber ich kann so... Also mir geht es eigentlich gut. Ich habe ein bisschen eine Antenne. Aber ansonsten, nee, geht es ganz normal. Außer, dass ich meine Zunge nicht spüre. Ich kann nicht... Aua. Ja, nee, Aua kann ich nicht sagen. Das sollte sich weh. Ich kann nicht schlichtig reden. Ja, ich kann nicht reden reden. Und schlucken tut ein bisschen weh. Aber ansonsten ist eigentlich alles okay. Ich bin dann von Sybiotiker. Ich habe mir eine E-Buff Lambschul reingeballert. Ich gehe mich jetzt hündigen. Schaue irgendeine Filme, eine Serie. Und ich gebe euch dann immer wieder Updates. Also, erste Stunde nach OP, alles easy. Ich habe es überlegt, aber ich spüre meine Zunge nicht. Meine Lippe ist irgendwie übel angeschwollen. Aber ansonsten ist es also super. Hier sehen Sie, wie ich mich darüber beschwere, wie sehr denn meine Unterlippe angeschwollen ist. Also, wir haben jetzt mittlerweile 1 Uhr. Es ist jetzt circa, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde von der OP vergangen. Langsam fühle ich meine Zunge wieder. Und ich bin fett am spucken und irgendwie am bluten. Hier ist schön kühl, ne. Hier viel Fett drin, alles gut. Ist am kühlen, das passt eigentlich. Mal schauen, ne. Betäubung lässt lange am Naft. Super. So. Ich habe mir mittlerweile noch eine... Oh man, die Backen sind ein bisschen angeschwollen. Ich habe mir noch eine Evo reingehauen. Und jetzt gibt es Essen. Mal schauen, ob ich das überhaupt runterbekomme. Und zwar einfach Porridge. Ich habe es gerade noch im Tüschrank abkühlen lassen. Mal schauen, ob ich das runterbekomme. Mahlzeit. Kleines Update. 19 Uhr 18. Ich habe gerade gegessen Porridge. Und ich spüre, es blutet immer noch so ein bisschen. Ich habe einen dicken Pickel hier. Und ich spüre, dass es hier anschwillt. Also, ich bin echt gespannt auf morgen. Ich bin den ganzen Tag nur im Bett. Ich mache gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich bin nur im Bett. Ich habe etwas gegessen. Und ich glaube, das Essen hat nicht gut getan. Weil irgendwie tut es jetzt schon ganz gut weh. Ich habe jetzt mittlerweile drei Evo Flams drin. Und habe mir jetzt eine Antibiotika reingehauen. Also mal schauen. Das hat mir übrigens der Arzt auch verschrieben. Antibiotika und sowas. Ich darf nur weiche Kost essen. Ich darf keine heißen Mahlzeiten essen. Die ersten drei Tage. Ich muss 8 bis 4 Stunden kühlen. Ich bin dauerhaft am Kühlen. Außer jetzt halt, weil ich gegessen habe. Ich würde euch gerne zeigen, wie ich es da von innen schaue. Man sieht eh nur die Fäden oder so. Aber es ist schon langsam, aber sicher angeschwollen. Ich schneide mich jetzt hin. Und dann sehen wir uns morgen. Der alte Frischling. Nächster Tag. Und man soll ja Feinkost, Rohkost essen. Ich glaube, Rüei, das passt schon. Das geht gut rein. Wir haben es den nächsten Tag. 12 Uhr. Die OP ist jetzt 24 Stunden her. Also jetzt in der Cam geht's. Aber es ist hier dick angeschwollen auf jeden Fall. Obwohl ich gekühlt habe. Nachts lieber konnte ich nicht kühlen. Ich habe auch ziemlich bescheiden gepennt. Aber das Hölzchen grinsen würde ich sagen, oder? Also ja. Ich habe jetzt noch Rüei reingepfiffen. Das geht noch irgendwie. Gestern noch ein Porridge. Ich habe 2 Kilo abgenommen. Geist krank. Ja, ich werde mich heute wieder, glaube ich, den ganzen Tag noch hinlegen. Kühlen und mich ausruhen. Weil mehr kann ich eigentlich nicht machen. Also bitte, schau dir das mal an. Die Lippe ist ein bisschen, ja. Die Lippe hängt so ein bisschen runter, weil die hat alles angeschwollen. Das hängt hier so ein bisschen runter. Und 2 Kilo abgenommen. Junge, kann das nicht. Wenn ich heute wieder abnehme, dann ist es vorbei. Hi. Tag 2. Ich lieg hier im Bett und bin immer noch am Kühlen. Hier, so sind die Kühlpads. Hier ist eins. Und da irgendwo ist das andere. Ja, genau, genau. Ja, und so chill ich eigentlich hier den ganzen Tag. Bin hier schön am Kühlen. Wird schon wieder, ne? Haufen wir es. Und natürlich, was gibt es hier? Eine Mahlzeit. Und zwar Porridge mit Zimt und etwas Erdnussbutter für die Kalorien. Und ich habe hier was gezaubert. Ein Kartoffelbrei. Das sind natürlich alle schon abgekühlt. Ich darf nichts Heißes essen, sondern nur kalte Sachen. Beziehungsweise lauwarme Sachen essen. Super, geht rein. Und nochmal Update. Kleine über Flammen 600. Und das scheint auch gut zu wirken. Und was ich eigentlich mache? Ja, ich versuche so viel wie möglich Weichekosten zu essen. Und einfach, dass es nicht so heiß ist. Sondern immer schön kühlen. Auch schön immer kaltes Wasser. Aber deswegen, die aus dem Kühlschrank oder so trinken. Damit es hier auch von innen kühlt. Und nicht nur von außen. Aber ich glaube, ich gebe es heute mit dem Kühlen auf. Ich weiß noch nicht. Was bringt denn dieses Kühlen? Wie würde ich denn aussehen? Hätte ich gar nicht gekühlt. Wäre das nicht hier unten? Oder was? Bitte. Das Ding ist, wenn ich so mache. Also die Lippen zusammen. Dann finde ich, schaut es gar nicht so schlimm aus. Dann geht es. So halt. Aber wenn ich die Lippe so locker lasse. Dann finde ich, schaut das viel schlimmer aus. Ich habe voll das Vierecksgesicht jetzt. Das ist richtig krass. Mal schauen, was der Tag noch so bringt. Neue Mahlzeit. Kartoffelpüree. Easy zu essen. Fisch. Bisschen schwierig. Aber wenn man den so ein bisschen so einstampft. In so kleine Teile. Dann glaube ich, kann man den auch sehr gut essen. Man muss halt einfach am besten gefühlt alles püriert essen. Damit das irgendwie, ja ich sag mal, kaubar ist. Also so kann man das easy essen. Dazu noch eine kleine Soße oder so. Gib ihm halt da. Geil. Ja, in dem Sinne. Mahlzeit. Es ist mittlerweile circa 73 Stunden nach der OP. Meine Fresse ist immer noch angeschwollen. Ich würde sagen, es ist keine Besserung zu gestern. Schmerzen sind auf jeden Fall weg. Ich bin immer noch auf Schmerzmittel und Antibiotika. Aber die Schmerzen an sich sind weg. Nur noch leicht da, wenn ich kein Schmerzmittel nehmen würde. Wäre es auszuhalten. Aber ich will es nicht aushalten. Weil es ist schon ein andauernder Schmerz, der die ganze Zeit nur hier unten ist. Hier unten in den Backen. Hier so. Hier vorne in den Nerven. Da ist die ganze Schwellung. Hier hinten würde ich sagen, ist nicht mal so eine krasse Schwellung. Aber diese Schwellung, die kommt einfach hier vorne vor. Und dadurch ist es hier so ein bisschen so aufgedunsen. Ich habe keinen Bock mehr, den ganzen Tag zu Hause zu hocken. Ich habe irgendwie... Am ersten Tag habe ich zwei Kilo abgenommen. Jetzt habe ich wieder in den nächsten zwei Tagen zwei Kilo zugenommen. Ich kann das nicht mehr. Ich will einfach nur noch trainieren und ins Gym. Also bitte. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind die Fäden. Die Fäden werden am Montag gezogen. Ich bin gespannt. Also ich kann ganz normal reden. Ich spüre alles. Es ist alles okay. Ich kann auch mittlerweile schon wieder ein normaler Essen. Also ich muss glaube ich nicht mehr unbedingt auf so breiige Sachen zugreifen. Ich mache es dennoch, damit ich einfach alles schone und sowas. Weil ich kann auch nicht meinen Mund so weit öffnen aufgrund dieser Schwellung. Und ich glaube auch aufgrund dessen, dass die Fäden noch drin sind, kann ich meinen Mund nicht so weit öffnen. Also ich... So. Ah, ah. Mehr geht nicht. Ah, ah, ah. Hier. Die Schwellung. Mehr geht nicht. Was auch noch ein bisschen wehtut, glaube ich, ist so beim Gehen. Wenn ich jetzt hier rumgehe und der Körper so ein bisschen bei jedem Schritt so ein bisschen wackelt, dann spüre ich das auch noch hier drin. Deswegen muss man halt einfach den Kopf hochstützen. Am besten auch beim Schlafen den Kopf am besten mit zwei... Es schneit. Wir haben den 18. April, es schneit. Auf jeden Fall den Kopf immer schön hochgelagert halten. Auch beim Schlafen, damit einfach so wenig Schwellung wie möglich da ist. Deswegen schön mit zwei Kissen schla... Zwei Kissen schlafen, dass die Schwellung nicht komplett in den Kopf reingehen kann. Und ansonsten über den Alltag auch nicht den ganzen Tag flach liegen, sondern auch aufrecht, dass das alles runter geht. Und dass es nicht unbedingt hier alles in der Fresse sich anstaut, ne. Ich fühle mich besser. Ich zähle jetzt eigentlich nur noch die Tage und die Stunden, wann die Fäden rauskommen. Und ich glaube, wenn die Fäden rauskommen, bin ich befreit. Und dann ist alles wieder easy. Aber ich bin... Ich fühle mich jetzt eigentlich schon ziemlich okay. Es ist mittlerweile Samstag. Ich fühle mich schon deutlich besser. Die Schwellung ist noch leichter. Ich würde sagen, leicht. Ich spüre es noch ein bisschen hier vorne. Ich hatte am Montag die OP, es ist Samstag. Der Arzt hat eigentlich gesagt, ja, eine Woche kein Sport, aber... Ja, komm, komm, ein kleines Training ist drin, oder? Ein kleines, ein ganz kleines, wirklich. Ich mache nicht viel, aber ein bisschen, okay, ein bisschen Training gehen. Also dann, ich gehe mal ins Gym, ne. Es ist jetzt eine Woche nach der OP. Wir haben es mittlerweile den 22. April. Es ist genau eine Woche vergangen. Und es kommen endlich die Fäden raus. Mein Gesicht ist normal. Also, ich würde sagen, da ist kaum noch was angeschwollen. Bloß, das Einzige ist, ich spüre so einen leichten Druck. Aber ich glaube, das ist wegen den Fäden. Ich werde euch jetzt berichten, wie das ist, wenn die Fäden rauskommen, ja. Also, ich fahre da mal jetzt, weil ich habe in 10 Minuten den Termin. Es sind mittlerweile eineinhalb Wochen nach dem Fädenziehen vergangen. Und ich spüre gar nichts mehr. Also, es ist alles so gut es geht verheilt. Ich habe gehört, der ganze Heilungsprozess, bis alles wieder an der richtigen Stelle ist, geht es sogar bis zu 6 Monaten. Bei mir hat sich zum Glück nichts entzündet. Es ist alles tutti frutti. Mir geht es bestens. Ich habe wirklich bei dem Termin fürs Fädenziehen, habe ich eine halbe Stunde gewartet. Und das Fädenziehen an sich war 2 Minuten, 3 Minuten. Der geht dann mit so einer Schere sozusagen hin, schneidet die Fäden auf, zieht die raus und fertig. Mehr ist es nicht. Es ist ein bisschen unangenehm, ja, weil er noch da an der Wunde ein bisschen rumstochert. Aber ansonsten ist es kein Problem. Also, macht euch da wirklich keinen Stress. Ich habe die OP überstanden. Ich habe das Essen überlebt. Das war auch alles easy. Macht euch da einfach keinen Stress. In dem Sinne würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.